Oh, Ronja, ich glaube, der Unterricht ist vorbei. Bin ich jetzt so weit? Können wir nach Hause gehen? Nach Hause gehen! Wir gehen nach Hause! Die Schule ist vorbei! Warte, was? Was? Die Schule ist sehr klein geworden. Und ich auch? Hä? Was ist hier, Ronja? Warte, 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 guck mal! Nein, sie sollte nicht immer schlafen im Unterricht! Oh, guck mal! Da, da draußen! Warte! Es sind Riesenameisen! Oder es sind normalen Arbeiten und wir sind winzig? Was ist hier passiert, Leute? Nein! Erstmal Ahoy und willkommen zu einer neuen Folge Roblox! Und damit willkommen zu die Schule! Und wir sind geschrumpft! Wir sind jetzt ganz, ganz winzig! Und alle anderen sind riesig groß da draußen! Oh nein! Und diese Geheimagenten wollen uns helfen, hier rauszukommen! Weißt du, was ich glaube? Was glaubst du? Guck mal diesen grünen Typ an! Ich glaube, der hat uns geschrumpft mit seiner Schrumpfkanone da! Okay, komm, wir müssen schnell raus jetzt hier! Damit wir wieder groß werden! Oh mein Gott, ich habe Speedboost bekommen! Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit! Ah, hier ist Wasser! Oh, jetzt schnell dran vorbei! Das ist da ausgelaufen! Oh ja, wo bleibst du, du lahme Ente? Was kommt jetzt hier? Okay, hier ist was runtergefallen? Oh mein Gott! Warte, hier sind ganz viele Leute, die in Panik rumlaufen! Aua, die hat mich ausgenockt! Die hat mich voll ausgenockt! Warte, bist du ausgerutscht? Ich bin ausgerutscht, aber ich bin jetzt wieder da! Okay, pass auf! Hier ist schnell durch! Pass auf, du darfst nicht gegen die schreienden Kids hier laufen! Oh, ja, hat's schon mal! Die schreienden Kids haben mich... Die schreienden Kids haben dich auch ausgenockt! Ja, mich haben die auch ausgenockt! Nein, ich bin im Wasser gelandet! Oha! Okay, schnell weg hier! Oha! Ah, ich habe es geschafft! Hier sind wieder welche! Die laufen im Kreis! Okay! Ich glaube... Bonja! Bonja, komm zu mir! Nein, guck mal, wie groß hier dieser Stift hier ist! Ich glaube es ja nicht! Oh, hi! Ah, hi, da bist du ja! Guck mal! Kommen wir da vielleicht irgendwie rauf oder so? Auf den Stift? Warte! Nein, ich fall nur runter! Okay, komm mit! Wir müssen jetzt schnell raus, Ronja! Pass auf, hier sind wieder ganz viele rumlaufende Gestalten! Alles ist so schnell! Wow, 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 wow! Ja, mega schnell, oder? Ich weiß gar nicht! Wie soll ich hier denn da durchkommen? Ah, rüberjumpen! Spreng! Oh nein! Sie hat mich wieder umgehauen! Oh mein Gott! Bam! Dieses Mal spreng ich über eure Köpfe! Oh mein Gott, Hilfe! Okay, ich habe es geschafft! Nächster Checkpoint! Wo bleibst du? Schaffst du es? Warte, ich glaube, da bist du! Komm durch hier! Schaffst du das? Okay! Yeah! Hier ist der nächste Checkpoint, okay? Beeil dich, beeil dich! Und let's go! Wir sind jetzt draußen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, hier sind Bleistifte? Nee, Buntstifte? Kommen wir da drüber? Zack, hier einfach rüberjumpen! Nächster Checkpoint! Yeah! Let's go! Schnell durch hier! Oh mein Gott, wie viele Leute hier sind! Help me! No! Nein, ich wurde umgeboxt! Oh, das kann doch nicht wahr sein! Zack, hier drüber! Und der hier, an dem vorbei! Okay, warte, ich schaffe das! Okay, sehr gut! Nicht ausrutschen! Nächster Checkpoint ist da vorne! Schon? Yeah! Geschafft! Okay, was ist das denn? Hier ist wieder jemand der rum? Würmer? Würmer in der Schule? Uh! Guck mal, da sind die Geheimagenten! Die kommen mit! Oh nein! Da sind gigantische Käfer und Würmer in der Schule! Ihr müsst da jetzt durchgehen! Oh, los! Habt ihr Angst vor Würmern oder was? Ja! Irgendwie schon! Guck mal, die Kinder haben ihn runtergenockt! Leute, ich hab übrigens schon mal so eine ähnliche Map gespielt! Ich glaub, das war eine Version davor! Checkt das auf jeden Fall mal aus! Das kam vor zwei Jahren, glaub ich, sogar raus! Also, es ist schon ein bisschen älter! Aber die ist auch ganz nice gewesen! Okay, okay! Ich geh jetzt mal rüber hier! Der wirft jetzt! Nein! Sie hat mich runtergehauen! Bist du auch da bei den Bällen? Ich bin bei den Bällen! Ich versuch hier... Okay, jump jetzt hier rüber! Da, zack! Hab's geschafft! Okay, jetzt müssen wir hier weiter! Da ist eine Ameise! Ich seh dich nirgends! Wo bist du denn hin? Oh nein! Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast! Ich hab's gerade gesehen! Aber ich wurde hier runtergekegelt! Du hast einen kleinen Ball an den Kopf bekommen! Pass auf, pass auf nicht! Oh, du hast es... Als ob du da durch bist! Easy! Oh yeah! Alles klar! Dann machen wir weiter! Alles klar! Hier sind wieder Bälle! Okay, ich jump jetzt einfach! Come on! Und! Zack! Wir sind drüber! Okay, Checkpoint! Oh, hier geht's weiter! Der wirft doch gleich! Ich seh das schon! Jetzt können wir hier... Oh! Der letzte wirft! Und jetzt sind wir drüben! Nice! Was macht der denn hier? Lass mal vorbei hier, Kollege! Du bist bei mir! Come on! Ich glaube, jetzt müssen wir hier rüber! Yes! Okay! Nice! Die Agenten sind mit am Start! Alles klar! Jetzt gibt's hier den spaßigen Teil von der Schule! Wir machen eine kleine Party! Yeah! Sollten wir nicht lieber gucken, dass die Schule wieder groß wird? Ich weiß nicht, warum wir jetzt hier tanzen! Ah! Vielleicht, weil es lustig ist, Ronja! Mach doch einfach mit hier! Okay! Okay! Ich glaube, wir dürfen nur auf den richtigen Farben sein? Oder was ist hier unser Ziel? Nee, nee, nee! Ich glaube, die Farben sind egal! Die Farben sind egal! Hauptsache, wir fallen nicht auf den dunklen, schwarzen Boden hier! Zack! Geschafft! Alles klar! Dann geht's hier weiter! Oh, nein! Oh, es hat mich erwischt! Oh, nein! Oh, oh! Aber ist nicht schlimm! Zack! Wer zuerst ist, ist der Gewinner! Und wer zuletzt ist, ist der Gewinner! Ich bin gerne den Gewinner! Ich bin vorne! Hi! Okay, wir kommen hier raus! Auf den Pausenhof! Nice! Leute, das Spiel ist verlinkt in der Videobeschreibung! Checkt es auf jeden Fall mal aus, wenn ihr das auch spielen wollt! Und so ein mini-kleines Schüler sein wollt, wie wir hier gerade! Das ist richtig funny! Wie groß sind wir eigentlich? Hast du eine Ahnung, wie groß wir sind, Ronja? So ein Zentimeter? Wie groß ist ein Wurm? Wir müssen Millimeter groß sein, oder? Ich muss ja ein bisschen mehr, oder? Bei drei Millimeter? Meinst du, wir sind so zwei, drei Millimeter groß? Ich bin zwei Millimeter 34, und du? Ich bin... Ich bin... Ein Millimeter 92! Eins, 92! Wow! Ja! Das ist aber ganz schön klein! Zack, hier rüber! Ich mag es ja noch! Ja, wir sind durch! Okay, nice! Warum werfen die eigentlich alle mit Tabletten? Sind die wahnsinnig? Ich weiß auch nicht, wo haben die ganze kleine Essen her! Stimmt, essen es doch lieber auf! Wir haben alle Hunger! Bam! Da sind wir durch! Au! Ich bin ausgerutscht! Voller nie, ähm... Ins Gesicht bekommen! Nein, schon wieder die gleiche! Aua! Was stimmt denn nicht mit der? Yes! Okay, der geht da lang! Und? Ich bin durch! Oh, schon durch? Ja! Die letzten sind einfach! Lauf einfach durch! Okay! Perfekt, okay! Ich glaube, jetzt dürfen wir nicht vom Feuer erwischt werden, würde ich sagen! Was macht hier eigentlich Feuer in der Schule? Sind das die Öfen, oder was? Ach so, hier ist... Ah! Yes! Nein! Ich bin in der Fritteuse gelandet, werde ich jetzt frittiert? Oh nein! Ich wurde frittiert! Eine frittierte Maus gab es zu essen! Wer frittiert denn überhaupt Burger? Wer frittiert Burger? Ich glaube, Amerikaner! Wirklich? Ich weiß es nicht! Gibt es nicht auch Leute, die Butter frittieren? Wirklich? Ja, ja, gibt es halt echt... Oh mein Gott! Schaffe ich das? Ja? Come on! Ey, das ist gar nicht so einfach auf diesen Burgern! Bam! Bin drüben! Bist du da? Ich bin beim nächsten Checkpoint, ich warte da auf dich! Nice, Ronja! Du bist mal vor mir! Ich bin mal vor dir! Das ist eine Wahl! Ich wollte nicht in die heißen Türkei hüpfen! Nice! Zack, hier geht es weiter über Sandwiches und kleine Tische, die so groß sind wie die Sandwiches! Die wurden nicht geschrumpft, aber die Sandwiches aus irgendeinem Grund nicht! Die Sandwiches! Au! Und die Burger sind noch richtig groß! Was eigentlich gut ist, weil da hast du echt viel zu essen! Eigentlich schon! Stell dir mal vor... Willst du ein Sandwich essen, wo schon 15 Kinder drauf gehüpft sind? Nicht unbedingt, aber so ein Sandwich, was so groß ist, da würde ich gerne mal reinbeißen! Ja, doch ein bisschen, oder? Ja, ich glaube schon! Okay, hier ist Exit! Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Sind wir raus? Ich hoffe mal! Da sind wir! Warte! Nein! Was ist das? Jetzt kommt ein Quiz! Alles klar! Ich hoffe, ihr habt gut zugehört in der Schule, denn wir machen jetzt dieses Quiz! Ich habe geschlafen! Ich habe auch geschlafen! Okay, also für welche Organisation arbeitet die Agencies und Desists? Ich glaube, das rechte! Das war richtig! Das war richtig? Okay, was macht die GMCA? Okay, erledige unheimliche, aber quälen unoriginelle Kriminelle? Ja! Äh, okay! So! Welches Insekt war im Klassenzimmer vor dem Fenster? Eine Bienenkönigin! Ja, okay, das war die Ameise! Das weiß ja wirklich jeder! Was hätte verwendet werden können, um die Schule zu verkleinern? Ein Schrumpfstrahl! Ja, aber das weißt du schon! Ein Psychiater! Wir haben ja einen Psychiater an die Schule geschickt! Wo haben wir etwas gesehen, das ein Schrumpfstrahl sein könnte? Das war im Klassenraum! Ja? Okay! War das richtig? Ja, das war richtig! Nice! Okay! Wer stand am nächsten zu dem Objekt? Das war dieser grüne Typ! Professor Graf von Gutleck! Ja, wahrscheinlich! Wir haben verdächtliches Verhalten von wem gesehen? Oh, von gut, oder? Ja! Wir haben es geschafft! Wir kriegen da eins von, ja! Nice! Okay, alles klar! Jetzt geht es hier weiter! Die Schule ist immer noch geschrumpft! Wir müssen es jetzt schaffen, gegen Professor von Gutleck zu kämpfen! Da ist er ja! Ja, haha, sagt er! Das ist richtig! Ich habe die Schule geschrumpft! Ich denke mal, ihr habt mich nicht erkannt, weil ich als Lehrer verkleidet war! Warum haben sie das getan? Warum haben sie die Schule geschrumpft? Äh, ich weiß auch nicht! Ich habe das mal im Film gesehen! Was? Und deswegen sind wir jetzt alle geschrumpft? Nein, ich will wieder groß werden! Na, los! Versucht er mich zu stoppen, ihr Affen! Alles klar! Ciao! Oh, Mann! Okay! Er hat sich selber geschrumpft, oder? Schon alles käse... Ja, er hat sich irgendwie mitgeschrumpft! Ist er doof, oder was? Oh, Mann! Okay! Wir sind jetzt soweit! Wir können jetzt hier... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Wir müssen hier auf die, äh... Nein, wir dürfen nicht auf die Papierflieger! Ich glaube, wir dürfen nicht auf die Papierflieger! Wir müssen aufpassen! Es hat mich erwischt, Ronja! Mich hat es auch erwischt! Okay, da sind mehrere Flugzeuge! Lass sich nichts von ihnen erwischen! Drüber! Zack! Oh, mein Gott! Hier sind auch noch welche! Hier geht es auch noch weiter, oder was? Ja, so hier heimtückisch! Oh! Okay, den schaffe ich! Schnell, schnell, schnell! Ich bin durch! Nice! Hier sind irgendwelche ganz komische Sachen, Ronja, sag ich dir! Oh, Gott! Da ist der Professor wieder! Mann, du bist ganz schön hartnäckig, oder? Alles klar! Mal sehen, ob du an meinen mechanischen Konstruktionen vorbeikommst! Keine Sorge! Ihr Biss ist schlimmer als ihr Bellen! Oh, nein! Oh, Gott! Hunde? Ja, aber das sind so kläffende Metallhunde mit roten Augen! Die eine läuft ganz mutig dadurch! Okay, come on, Ronja! Die haben sie erwischt, glaube ich! Alter, der ist ja richtig schnell! Da ist einer, der ist super schnell! Ich glaube, die ersten sind noch recht easy! Guck mal, wie schnell hier sind! Jetzt vorbei hier! Oh, man muss jetzt wieder einmal pumpen! Geschafft! Komm hier durch! Hier musst du durch! Hier? Lauf! Schnell, beeil dich! Okay, nice! Oh, okay, okay! Oh, mein Gott, mein Gott! Da sind noch mehr! Was also? Der Kamer ist mit mich? Ach, der absolut gar nicht! Okay, jetzt hier immer durch! Oh, nein! Wie soll man denn hier vorbeikommen? Ah, Hilfe! Oh, ja, ich habe keine Ahnung! Ich glaube, ich darf dem einen hinterher! Ich bin jetzt in die Ecke! Nein, 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 nicht in die Ecke! Oh, jetzt aber! Jetzt habe ich es geschafft! Warte, hier durch! Müssen wir da lang oder da? Ich dachte, wir sind auch hier lang! Und dann rechts und dann ist da ein Checkpoint! Da ist ein Checkpoint, nice! Okay! Das kriegen wir ja wohl hin, Ronja, oder? Was sagst du? Auf jeden Fall! Das sieht viel einfacher aus als die blöden Metallhunde! Okay, ich sage dir, wie das funktioniert! Ja, du stellst dich hier in die Ecke! Du musst immer in die Ecke gehen und dann musst du einfach rüberjumpen! Oh, okay! Im Kreuz, äh, Ding! Im Kreuz! So dass du quasi... Ja, da musst du am wenigsten die Richtung switchen und das am einfachsten! Ja, und da haben wir es auch schon geschafft! Ich sage ja! Okay! Weg! Hier geht es weiter! Da am besten seitlich springen! Weil man dann nämlich sieht, wie weit man springt! Aber das kennst du ja schon, den Trick! Ja! Oh, nein! Alter! Der allerletzte hat mich umgehauen! Ja, ist vielleicht doch gar nicht so einfach, wie man denkt! Okay! Zack! Hier rein! Und! Yes! Nice! Next Checkpoint wurde aktiviert! Ronja, wir haben jetzt ein echtes Problem, oder? Oh, jetzt sieht man nicht mehr was! Man sieht überhaupt nicht, wo man hinläuft! Oh Gott! Oh Gott! Pass auf! Ich bin quasi unsichtbar! Ist hier durch! Ah! Okay, ich glaube, ich habe einen guten Weg eingeschlagen! Okay! Hier ist ein Klo! Guck mal, hier vorne! Hier müssen wir rein! Siehst du das? Ganz am Ende ist es eine Toilette! Hier müssen wir! Komm, komm, komm! Raus hier! Schnell beeil dich! Genau, hier durch! Und hier durch! Perfekt! Okay! Nächster Checkpoint wurde aktiviert, Freunde! Oh Mann! Hier sind immer noch so viele Viecher! Und das ist sogar ein fliegendes! Oh, was? Hier schnell durch! Junge, Junge, was ist denn los mit denen? Warum sind die so super sauer? Alles klar! Pass auf, da hast du eine Spille, sagt er! Oh mein Gott! Ronja, wo kommen wir jetzt lang? Hier geht's lang! Komm mit! Hier in den Lüftungschacht! Okay, wir haben es bald geschafft! Wir sind bald aus der Schule raus! Ich glaube, wir müssen den Professor noch finden, damit er uns wieder groß machen kann! Wir können ja nicht für immer so klein bleiben! Nee, eigentlich nicht! Das ist voll komisch! Oh oh! Hier sind überall die Hunde! Zack! Ah, wenn man den Rute kennt, dann geht das! Aber ich kenne die erstmal! Ich kenne die Rute leider nicht! Okay, hier lang! Hier hinten sind wir! Zur Toilette! Und hier ist ein Gang, da ist draußen! Warte! Hier passiert was! Okay! Da ist der Professor! Oh mein Gott! Er hat einen riesigen Kühlschrank, der für ihn kämpft! Oh mein Gott, ich sehe es! Was? Ich wollte keine Zähne da rausgucken! Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen schnell fliehen! Wir haben hier in den Kühlschrank gekämpft! Hier sind... Wir sind im Abfluss der Schule! Hast du dir das nicht schon immer mal geträumt, dass du ins Klo fällst? Nein! Weil du keine Arbeit schreiben musst? Ah, ich sehe dich! Oh! Perfekt! Okay, versuche nicht unbedingt durch die Grütze hier in der Mitte! Sieht irgendwie nicht so appetitlich aus! Oh, ich bin drin! Zack, lass hier rüber! Hier lang! Und! Oh mein Gott! Oh, hier lief's! Naja, hier lief's! Nein, guck mal! Was ist das? Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist der Kühlschrank, glaube ich! Schnell weg hier! Pass auf, das hat dich nicht zerquetscht! Ich glaube, dass er boxt! Okay, hier einfach durch! Oh mein Gott! Ihr seil, hat er dich auch umgehauen! Mhm, mhm! Hier ist die Hand! Bäm! Da kam sie runter! Ich geh jetzt nicht von dem Hund fressen lassen! Oh, wow, wow, wow! Hier ist wieder eine Hand! Nächster Checkpoint! Hier ist wieder der Burger, auf dem wir jumpen können! Oh yeah! Ich mach jedes Mal eine andere Position, wenn ich da raus springe! Faust! Oh yeah! Gut, dass ich die gesehen habe! Zack! Danke! Da ist der nächste Checkpoint! Oh mein Gott! Was sind das denn hier für... Es sind Abflussrohre! Versuch nicht runterzufallen! Okay, danke für den guten Tipp! Das ist gar nicht so einfach! Ich will versuchen, nicht runterzufallen! Oh mein Gott! Übertrieben schwere Jumps! Ich hab's, ich hab's, ich hab's! Ich warte auf dich! Sieht gut aus, Ronja! Okay, okay, okay! Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Okay, okay! Vielversprechend! Hier ist der Checkpoint! Hol' ihn dir! Yes! Okay, komm, wir gehen raus! Sind wir hier raus? Endlich kommen wir frei! Please! Wir haben alles getan hier heute! Da sind wir in der Geheimagentin Barbis! Und wir haben es geschafft! Alles klar! Ja, Leute, das war hier die geschrumpfte Schule-Obi! Ihr findet den Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr das Spiel auch mal spielen! Schaut gerne bei Ronja vorbei! Ihr Kanal ist auch in der Videobeschreibung! Und abonniert unbedingt diesen Kanal hier! Und ich würde sagen, das war's mit unserem Video! Ja, bis dahin! Wir sehen uns dann wahrscheinlich in einem anderen Video! Bis dahin! Wir sehen euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!